Am 11. Oktober werden hier in Berlin Tausende von Menschen gegen Schäubles Überwachungsstaat auf die Straße gehen. Unter dem Motto Freiheit statt Angst wollen wir mit vielen Gruppen aus der außerparlamentarischen Opposition mit engagierten Bürgerrechtlern und zusammen mit der Linken demonstrieren und ein Zeichen setzen. Wir werden es nicht länger hinnehmen, dass im Namen des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus immer mehr Grund- und Freiheitsrechte hier geopfert werden. Es ist schon zu viel passiert in den letzten Jahren. Nicht erst mit den Datenschutzskandalen in diesem Sommer gibt es ein größeres Bewusstsein für Fragen von Datenschutz und Grund- und Freiheitsrechten. Die Linke ist die einzige Partei, die die soziale Frage und die individuellen Freiheitsrechte zusammenbringt. Es sind zwei Seiten einer Medaille. Wir wollen mit Ihnen zusammen hier am 11. Oktober in Berlin ein kräftiges Zeichen setzen, dass wir nicht mehr bereit sind, weiter Grund- und Freiheitsrechte zu opfern. Wir wollen soziale Gerechtigkeit und individuelle Freiheitsrechte. Wir würden uns sehr freuen, Sie am 11. Oktober hier in Berlin zusammen mit der Linken begrüßen zu dürfen.